Herzlich Willkommen zu Digital for Productivity, dem Podcast für produktive Digitalisierung. Von und mit Thorsten Jickel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Episode von Digital for Productivity. Und heute einmal ein kleiner, aber wie ich finde, sehr feiner Tipp zum Thema iPhone. Und zwar etwas, was die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich bisher aktiv nutzen, sind die Widgets. Und diese Widgets erreichen Sie auf der einen Seite, wenn Sie beim iPhone auf dem Homescreen einmal so von der linken Seite nach rechts wischen. Dann kommen die Widgets, die man dort sieht und dann gibt es unten Bearbeiten. Und ein Widget, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, wenn Sie dort auf Verarbeiten gehen, dann können Sie hier Widgets mit dem Pluszeichen links oben hinzufügen, ist das Batterie Widget. Das Batterie Widget hat für Sie den Charme, dass Sie immer sehen, wie stark Ihre AirPods beispielsweise aufgeladen sind. Wenn Sie auch andere Bluetooth Geräte da verbunden haben, also sei es andere, nochmal Kopfhörer oder Bluetooth Boxen beispielsweise. Also da sehen Sie immer, wie der Batteriestand ist. Auch die Apple Watch, sehen Sie, wie viel dort entsprechend da ist. Geht natürlich auch beim iPad genau das Gleiche. Also da finde ich dieses Thema des Batterie Widgets extrem praktisch. Bei dieser Gelegenheit übrigens können Sie immer nochmal gehen unter Einstellungen und dann Batterie. Und bei Batterie gibt es gleich dann oben den Haken Batterieladung in Prozent. Dann sehen Sie rechts oben immer den prozentualen Stand Ihrer Akkuladung bei iPhone, iPad. Aber ergänzend dazu ist dieses Widget ganz gut. Was Sie aber darüber hinaus, und das ist die Hauptidee dieser Podcast-Episode, was Sie machen können, wenn Sie einfach auf einem Ihrer Schirme tippen und halten, und dann können Sie auch links oben auf Plus gehen, dann gehen die Widgets. Und das, was ich Ihnen sehr empfehle, sind die Siri entsprechenden Empfehlungen. Und wenn man da nämlich drauf drückt, da gibt es ja die Stapel, die Uhr, dann je nachdem, welche Applikation Sie haben. Und es gibt dann eben unter anderem das Thema Siri-Vorschläge. Und wenn Sie auf Siri-Vorschläge gehen, dann würde ich beim iPad genau gleich den ersten Vorschlag nehmen. Da haben Sie zwei Reihen A4-Symbole, das sind acht Symbole. Und das können Sie auf einen beliebigen Schirm packen. Und was ich gemacht habe, ich habe dieses Widget mit den Siri-Vorschlägen dreimal auf die zweite Seite meines iPhones gepackt. Das heißt, was ist die Idee? Wenn ich dort auf der ersten Seite meines iPhones bin, dann habe ich selbst angeordnet die Applikation, die ich regelmäßig nutze. Auf der zweiten Seite habe ich nichts anderes als dreimal praktisch diese Siri-Widget. Und das Coole ist, dass diese Siri-Widget so smart ist, dass es praktisch immer die Applikationen dann anzeigt, die Sie zuletzt geöffnet haben, die Sie in dem Moment auch wirklich brauchen. Und vor dem Hintergrund, gerade wenn Sie mehrere oder viele Seiten, viele Applikationen auf Ihrem iPhone haben, ist es total genial, die erste Seite sich so einzurichten, dass Sie gerade auch im Auto, immer wenn Sie Apple CarPlay haben, Ihr Navigationssystem, ich nutze dafür beispielsweise TomTom Go, immer griffbereit haben, eben die wichtigsten Applikationen. Das ist immer fest, gerade im Auto finde ich es immer wichtig, dass sich das nicht immer ändert, deswegen würde ich die Widgets nicht auf die erste Seite packen. Aber auf der zweiten Seite, Sie sehen es immer daran, dass die Beschriftung da nicht weiß, sondern schwarz ist, sonst schaut es genau gleich aus und auch die untere Leiste ist immer fertig. Und dann bei der dritten, vierten Seite habe ich dann entsprechend immer die Sachen, die ich habe und auf der letzten Seite haben Sie die App-Mediathek, wo sortiert wird, so nach Kategorien, die Apple für sinnvoll hält. Auf dem iPad können Sie das übrigens auch machen. Meine Erfahrung ist nur, dass auf dem iPad habe ich die Widgets auf der ersten Seite. Ich habe da zweimal das Siri-Vorschlagswidget drauf. Meine Idee war, das dreimal drauf zu machen, dass man praktisch die oberste Zeile immer mit dem hat. Bei mir ist es nur so, dass er immer nur zwei von diesen Widgets füllt. Beim dritten beim iPad sagt er immer, ich habe keine Vorschläge. Beim iPhone ist es so, dass er mir immer drei Widgets füllt, also probieren Sie das einfach mal aus. Also das vielleicht ein kleiner Tipp, wie Sie nochmal auf dem iPhone schneller auf Anwendungen zugreifen können, die Sie häufiger mal brauchen über das Siri-Vorschläge-Widget. Das war eine weitere Episode von Digital for Productivity, dem Podcast für produktive Digitalisierung. Und immer daran denken, erst herneinschalten, dann Technik. Ihr Thorsten Jickel Bis zum nächsten Mal.